Angriff! Einheiten, marschieren! Zerstört sie! Einheiten, marschieren! Zerstört sie! Einheiten, marschieren! Einheiten, marschieren! Zerstört sie! Zerstört sie! Sie kämpft so ein bisschen! Sie kämpft so ein bisschen! Sie kämpft so ein bisschen! Eine Niederlage! So viele gute Männer sind umsonst gestorben! Aber der Sieg wird kommen! Nein, nein, nein! Sie kämpft so ein bisschen! Die Ägypter helfen uns auf mir eigentlich auch nicht weiter! Die Heist... Wie? Die heißt? was ist denn das jetzt von den das war gar nicht so schlecht Hä die wollten noch vorhin noch selber noch ein Waffen geschnicht haben so das denn jetzt mega seltsam wenn wir nur meine Region zurück haben so au da war das nächste Problem auf uns zu kommen scheiße so 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 da versuchen wir gleich mal Kräte einzunehmen so sind bereit sind bereit sind bereit sind bereit bereit Hä Enter Hä so zufügen Enter Warum will der das nicht machen? Ach egal Ok so langsam muss die wahrscheinlich mal steuern und dann weiß ich auch mehr Geld Motzen die jetzt schon? Ne ist jetzt noch grün hier sieht aus hier auch noch grün und hier auch noch grün sehr wie werden wir jetzt? mit unseren Regionen die noch da sind versuchen einfach mal hier weil sie steht ja so ein bisschen wirklich auf Messer schneidet das wir jetzt hier versuchen hier 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 und hier die daughters müssen uns überlegen was machen wir Schiffe wäre hier sinnvoll, aber Schiffe kann ich jetzt gar nicht mehr leisten. 660, okay. Ich muss schon ein paar bisschen durchschauen. Das ist so geil. Ägypten und... ...hat seit den Blieben. Ja, das ist gut, weil die brauchen wir. Mein Herr, Befehle. Mein Herr. Ja, Strategos. Vorwärts. Befehle. Vorwärts. Wir haben eigentlich noch von einer Familie mit Lirn. Ich glaube, die sind mittlerweile fast alle tot. 11, 15. Der eine wird gleich erwachsen, der hier. Alle nach Schlacht gestorben hier. Für Runden habe ich überhaupt noch Zeit. Ist hier gar nicht. So, zack. Stad. Befehle? Ja, das sieht auch ganz gut aus. Dann würde ich mal sagen. Ich schätze erstmal die Stellung mit denen anhalten. Okay. Was machen die denn hier? Schiffblockade oder sowas. Weil das hier werden wahrscheinlich. Was machen die denn hier? Wie nehmen wir die Bruch und jetzt eigentlich ein? Wir finanzen. Da hat er gewinnen. Minus 25. Warum das denn? Ja. Ich bin jetzt gerade überhaupt nicht. So. Ich würde ja echt mal gerne Athena nehmen. Herr! Vorwärts! Ja, Strategos! weiter! So. Ich glaube, Thermon werde ich versuchen mit der Einheit. Fängt das hin mit den wenigen Einheiten, die das so... Das haben die denn hier so drinnen. Starti. 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 Und fünf Ramböcke. Fuck. Mein Gott. Ich frage, ob ich Thermon halten kann. Das ist wirklich... Mein Herr? Ich glaube es fast nicht. Weil ich so nicht mit der Armee angreife. Da sind ja... Pazotoppliten sind ja massenhaft dabei. Ich glaube ich werde das Thermon versuchen zu verteidigen mit denen anhalten und da werde ich erzählen an mir. Marschieren! 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 Das können wir nicht tun, Sire! Hier! Ah! Was geht's los hier? Verteidigung von Thermon. Frage ist ob ich das halten werde, weiß ich nicht. Heute streben wir nach einem Sieg, der eines Herküles würdig wäre. Eine große Aufgabe, aber wir sind Manns genug, sie zu bewältigen. Angst zu haben ist keine Schande. Halt auf meine Befehle. So, Einheiten positionieren. Einheiten formieren. Einheiten formieren. Einheiten formieren. Einheiten formieren. Einheiten Miliz, Obliegen! Die sind Blockaden errichten. Bewegung! Obliegen! Bewegung! Obliegen! Marschieren! Obliegen! Vorwärts! Bewegung! Marschieren! Da! 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 Nach vorne! So! Dann hier dann! Einheit! Angriff! Einheit! Attacke! Ja! Sender Peltasen! Stopp! Angriff! Marschieren! Wir werden angetaubt! Rang das Tor! Felt das! Angriff! Angriff! Wir werden gleich einmarschieren! Haltet Stand und kämpft! Angriff! Nach vor! Tieren! H santé! No! Kuss! Fertig! Worg! Gass! E-Hug! Worg! Nein, nein, nein.